Smarter und ihre magische Tasche Ups! Cooles Klettergerüst! Hi! Ich bin leider runtergefallen. Ich versuch's nochmal. Oh! Keine Sorge, Spotty. Ich bin vorsichtig. Okay. Ich bin oben. Na also! Ja! Ich hab's geschafft, Spotty! Und was könnte ich noch machen? Oh! Ich hab eine Idee! Spotty! Das ist keine Pfütze, sondern ein Ozean. Und wir müssen ihn überqueren. Wie machen wir das? Oh! Oh! Keine Sorge! Hier gibt es keine Haie. Glaub ich. Hallo, Smarter. Gibt's ein Problem? Wer war das? Ich. Ich bin Philipp. Das ist mein Name. Aha! Hallo! Philipp ist ein schöner Name. Danke. Das freut mich. Philipp, wir suchen einen Weg, den Ozean zu überqueren. Den Ozean? Ach so. Du hast Glück, Smarter. Ich kenne einen Zauberspruch, der deine Beine länger machen kann. Dann könnt ihr durch das Wasser warten, ohne dass dein schönes Kleid nass wird. Prima. Und was muss ich sagen? Äh, Moment. Ah, ich weiß es. Sag einfach. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Haha! Das hört sich ja lustig an. Ich versuche es. So, Spotty. Bist du soweit? Hab keine Angst. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Philipp, es hat nicht funktioniert. Smarter. Du müsstest doch wissen, dass Hunde Pfoten haben. Ja, klar. Also, ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Pfoten lang. Wow! Haha! Spotty! Du bist fast so groß wie eine Giraffe. Nur haben Giraffen einen langen Hals. Du aber nicht. Oh, ich könnte deinen Hals länger machen. Dann eben nicht. Okay. Jetzt mache ich meine Beine länger. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Kaum zu glauben. Das ist super. Jetzt bin ich größer als Mama und Papa. Sie werden erstaunt sein, wenn sie mich sehen. Danke, Philipp. Und tschüss. Gern geschehen. Tschüss. Vergiss aber nicht. Ha! Jetzt können wir jedes Meer und jeden Ozean überqueren. Wir haben es geschafft, Spotty. Wir haben den Ozean überquert. Aber nun brauchen wir wieder normale Beine und Pfoten. Denn es ist anstrengend, auf langen Beinen lange zu gehen. Mal überlegen. Welcher Zauberspruch macht Beine kürzer? Spotty, weißt du es? Hat Philipp irgendetwas darüber gesagt? Na, sowas aber auch. Und wir haben vergessen, ihn nach dem Zauberspruch zu fragen. Huh! Das wird schon wieder. Hm. Mal überlegen. Also für lange Beine muss man Folgendes sagen. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Oh nein. Jetzt sind meine Beine noch länger. Spotty! Du musst mir helfen. Ich kann auf diesen langen Beinen ja gar nicht gehen. Geh und such Philipp. Frag ihn nach dem Zauberspruch, mit dem man Beine wieder kürzer machen kann. Hm. Also beim nächsten Mal muss ich mit Zaubersprüchen aber vorsichtiger sein. Spotty, da bist du ja. Hast du die Zauberformel? Wuff! Sag sie mir. Wuff, 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 wuff. Ähm, das hört sich komisch an. Ich glaub nicht, dass das funktioniert. Was machen wir denn jetzt? Ich hab eine Idee. Ich mache meine Beine einfach noch länger. Von hoch oben kann ich Philipp entdecken und ihn nach dem Zauberspruch fragen. Hm. Ich weiß, dass ich alles kann. Drum werden diese Beine lang. Wuuuuh. Wow. Wow. Das ist ja wunderschön. Ganz schön windig. Haha. Philipp. Ich bin hier. Philipp, du musst uns helfen. Oho. Na, du bist aber gewachsse-se-se-se-sensmater. Philipp, bitte hilf mir. Ich kann mit diesen langen Beinen nicht nach Hause gehen. Meine Eltern würden mich nicht erkennen. Welche Zauberformel kann meine Beine kürzer machen? Das ist leicht. Das ist leicht. Sag einfach. Kurze Beine, bitte kommt wieder. Ich möchte meine alten Glieder. Das hat Spotty also gesagt. In Hundessprache. Haha. Okay, ich versuch's. Kurze Beine, bitte kommt wieder. Ich möchte meine alten Glieder. Hurra. Puh. So ist es viel besser. Wuff. Ja, jetzt bist du dran. Kurze Pfoten. Bitte kommt wieder. Spotty möchte seine alten Glieder. Vielen Dank, Philipp. Das war klasse. Aber in Zukunft lösen wir unsere Probleme ohne Magie. Haha. Gute Idee. Aber jetzt musst du aufstehen. Smarter. 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 Wach auf. Es ist Zeit, aufzustehen. Smarter. Du hast im Schlaf geredet. Und zwar über Beine und Pfoten. Mama, wenn du nur wüsstest, was ich heute Nacht geträumt habe. Erzähl es mir beim Frühstück. Jetzt wasch dein Gesicht und putz deine Zähne. Und später gehen wir auf den Hundeplatz. Okay, Spotty? Klar. Toomics-G расpiegelt. Damit wir mal in der Herz Eugeberd. clamp. Ja? 武 triple M riderル pag– Ich glaube, dich entspray roads. Bis zum nächsten Mal. Du hast du seinen nach mit dem mush. Dienst expanded Zeiten Marie Soumer. HAN us nemher意øst.